Willkommen zurück bei Sephoraist Staffel 1 immer noch, Gott sei Dank, wir haben es geschafft und ihr werdet uns nicht glauben wie, wir sind wirklich hochgeklettert, wir sind ziemlich weit hochgeklettert, genau den gleichen Weg wie wir eigentlich runter sind, da sind wir auch da hinten dort wo ihr den Hammer seht, genau dort ist übrigens dieser eine Spalt dort wo das eine Zelt drin ist, ne, und ja, Ja, wir haben da ein bisschen gefehlt, Schelte zu bauen, und, ja, er wollte Schelte bauen, das hat nicht funktioniert, und dann, ja, mal schauen ob wir es wegkriegen, den Hammer, aber er ist erst mal, einfach nur nach Hause, wo ist das zu Hause, ja, warte, das ist ein scheiß Rehe, ja, alles, alles, alles mit ihm was geht jetzt, ja, genau, jetzt läuft es weg, scheiß, okay, ich hab nix, so, ich brauch mal ein paar Sticks, das ist das allerwichtigste jetzt mal, ich muss jetzt erst mal zurück, zu einer Feuerstelle, Sticks, stopp, wir werden jetzt, wie der erst mal ein paar Folgen einfach nur ein bisschen bauen, sammeln, ja, weil wir mal wieder auf Boden kommen, dann, auf Fuß, weißt du, Das ist echt ein bisschen übertrussig geworden, diese Dummelheit, die ganze in diesen Hüllen, und, ja, das ist so ein bisschen Freiheit, ist gerade schön, Tanten und Eingeworenen, und, oh, ist der schöne Regen ins Gesicht, ah, ja, der fühlt sich so gut, aber, Gott, ich bin so froh, wieder an der Oberfläche zu sein, das glaubt man gar nicht, Ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht allzu schlimm, dass wir jetzt hier einfach mal ein bisschen vorgespult haben, sag ich mal, und privat schnell hochgelaufen sind, aber jedes Mal, ich glaub, für euch wär's auch langweilig gewesen, wenn wir nochmal 20 Minuten versuchen, hochzukommen, und dann nochmal 20 Minuten versuchen, hochzukommen, weil es hat jetzt schon ne Zeit gedauert, weil, es hat immer noch gesponnen gehabt, die haben das ganze Scheiße nochmal machen müssen, dann nochmal, weil immer wieder was war, und dann, oh, ich hab mich im Steam noch, ich bin noch im Steam noch online, jetzt egal, ähm, Lizard, oh, ich hab Lizard, Lizard, ich, ich weiß gar nicht, wie schön es ist, dich jetzt hier zu sehen, weh, ich hab jetzt kein Lizard-Skin, ich sag's dir, du blöder Spaß, ich hab jetzt kein Lizard-Skin wegen dir, ich töte dieses Viech, Achso, ich hätt' dacht, du hast uns schon längst abgezogen. Stoff, oh, der Regen, mh, aber die Koffer sind noch alle offen. Was? Jetzt geht's los. Was ist das? Was ist jetzt? Oh, ich hab den Hasen gewischt. Wo ist mein Fleisch? Weißt du eigentlich, dass du genau so ausschaust wie der Reporter am Schluss jetzt vom Spiel? Nee. Mhm, lustig. Stimmt doch gar nicht, der Reporter war doch schwarz. Hast du schon mal den Spiegel geschafft? Hey, bin ich nicht so ein komischer Chineser oder sowas? Nee, du bist schwarz. Haben wir eigentlich den Häusern nachgeguckt, ob da so ein X war? Ja, oder? Ich denke, warte, schau mal, schauen wir jetzt einfach mal ganz schnell, ob wir schon mal da sind. Oh, ich freu mich. Oh, ey, das gibt's nicht, jetzt hab ich viel Leben verloren. Hahaha. Weil wir suchen wie immer noch die, äh, genau die, die, äh, Schusswaffe. Nee, hier ist nichts, ne? Nee, hier ist nichts, alles gut. Aller Flair. Wieder ein bisschen sammeln, wieder auf, auf den Beinen stehen von alleine, weißt du, so. Ja. Ich hab mir Hunger, hier hatten wir doch ein Lagerfeier, oder? Nee, doch, hatten wir nicht mal hier ein Lager... Ja, hier haben wir das Lagerfeier, komm. Ich hau mir da jetzt was zum Essen drauf. Da liegt noch ein verbrannter Arm. Ja, ich hab so viel Essen grad dabei, das ist richtig krass. Ja, wir konnten das nie machen, weil wir keine Sticks hatten, das war... Äh, hier liegt noch ein Lizard. Okay. Wenn du willst. So, Z. Ich hau mir gleich noch was drauf, ganz ehrlich, ich hab so Hunger. Ich hab mir gleich zwei Sachen drauf. Ich hab mir zwei Sachen draufgelegt. Äh, wieso kann ich da jetzt nichts drauflegen? Keine Ahnung, weil vielleicht nur zwei Sachen draufpassen. Kann nicht mal... Kann jetzt nicht mal, äh, Laub reinhauen, Glitter. Irgendwie ist, glaub ich, grad hart verpackt bei mir. Nee, das ist geil. Okay, das andere kannst du essen, wenn du willst. Ich kann das nicht mal nehmen, bei mir ist das, glaub ich... Ja, bei mir geht's auch noch nicht. Jetzt, probier's jetzt mal. Ah, jetzt geht's, ne? Obwohl ich hab überhaupt keinen Hunger gehabt. Ja, ja. Bisschen Stoff wieder sammeln von dem Ding. Komm, Richtung nach Hause, ich will unbedingt nach Hause. Ja, ich möchte unzertraut... Oh, ich stelle vorher die ganzen Mauern mir das eingerissen. Ich freue mich so, richtig nach Hause zu kommen und wieder... ...einfach safe sein, einfach wieder... ...mal gemütlich dort zu bauen und... Ja. Ah, das wird so schön. Ah, schönes Seewasser. Hm, Hammer. Ach ja, wie schön das hier ist. Ich stand jetzt, dass ich mir walzt durch, ja, schön. Die Höhen, irgendwann mal, wenn du zu lang in so einer Höhle bist, sind sie doch ziemlich bedrückend, ne? Ja, das ist krass. Brutal. Also, alle die Waldfehler. Also, das ist ganz schön. Wir sind ganz schön. Hey, jetzt ist ein ganzes Lager, eigentlich? aber nicht gesehen das locker hier ist ein koffer wieder auf pflanzen sammeln weil ich habe so viel pflanzen gebraucht in den neuen flares wieder drunter ganz gut alle hier sind wir nur flair zu werden ganz gut nehme ich einfach alle mit und auf du bist auf mal nicht zu schön ich will zwar nach hause aber ein bisschen unterwegs und pflanzen und so ich brauche unbedingt mal wieder welche ich habe so viel aufgebraucht bist du gar nicht bei mir hey sind koffer überall also bist du gar nicht bei mir ja du bist einfach vorgelaufen ich habe noch bären gesammelt und dann warst du hier batterien kleider batterien lecker super alter wie viel weiter super geil koffer koffer nur wunderbar batterien batterien wo bist du denn du bist doch vor mir was hast du denn vor mir stimmt doch gar nicht ich höre ich muss das wieder hinterher laufen gut du bist beim campingplatz vorbeigelaufen nein ich war die ganze zeit hinter dir ich bin stehen geblieben weil ich bären gesammelt habe und dann bin ich immer richtung ja nicht ganz nach hause du bist doch gern ich laufe einfach ein im wald entlang in richtung von zu hause würde ich das ist immer das gleiche totem ja das ist was neues hier waren es hat ein hase die koffer haben wir schon nochmal wieder ein stückchen in richtung nach hause hier sind abgeholzte alter bis hierher mal abgeholzt siehst du das auch ja die ganzen bäume sind ja noch nachgewachsen bis hierher ach du scheiße hier ist unsere falle ach du scheiße mann ach du kacke ich hab's vergesst auszuschalten oh fuck jetzt haben wir den ganzen wald für uns na gut haben wir was zu tun wollen ja das ist ja wir wollen das mal wieder richtig schön bauen wird vielleicht ein bisschen langweilig für euch für uns wir brauchen es unbedingt vielleicht ist eure entscheidung auch wie gut sich das anfühlt hallo ich würde meine restlichen knochen rein die ich da habe ich würde auch meine restlichen klasse ich bin ich gerade erleichtert ja ich auch super erleichtert also wir waren so viele stunden ist ich weiß jetzt nicht wie viele folgen wir da jetzt weg waren aber weil wir ja schon ziemlich viele probleme hatten das hat sich ganz schön gezogen jetzt halleluja ich weiß schon wie ich diese folge nennen werde endlich daheim ja gut ein bisserl haben wir doch noch gesammelt und weiß das wo die flair haben wir und das haben wir und das haben wir schon noch einiges aber das ganze fleisch dahin hängen noch ich muss mir nur achten weil das ist ja jetzt ein bisschen blöd dass die bäume nicht in unsere siedlung fallen weil sonst ist die wand kaputt und so der fester vor ist ja muss aufpassen ah jetzt speichern gleich mal hier holz fällen speichern ihre jagen oh ja speichern ist eine idee homeswitter ach wir haben es geschafft dinge müssten ja randvoll sein eigentlich äh welche farbe machen wir denn jetzt bei den loks loks schieben dinge aber da mal kommt irgendwas anders irgendwas weiß oder so weiß ich habe weiß jetzt ja weiß ist ganz gut trink so ich in der nächsten folge ausschalten dass die bäume nachwachsen oder das muss jetzt an bis wir da schön gebaut haben ich glaube das ist gerade ein bisschen entspannender einfach mal ein bisschen bauen ja schön schön die richtung fallen ja genau ist das schön ist das schön ihr wisst gar nicht wie schön das ist klasse gefilter aber wir haben dann immer noch zwei kunden müssen aber nicht jetzt aber in den nächsten zehn folgen nicht ich sag sie alter schreckt den zuschauer nicht ab ne keine ahnung je nachdem wie es uns lustig ist erst mal ein bisschen bauen und dann weil ich muss mich echt ein bisschen erholen jetzt war ein ziemlicher stress jetzt das ganze ist in folgen also in den letzten folgen zusammen haben wir so viele bugs jetzt nochmal gefunden brutal also erstmal dieses spiel fängst du an erstmal kaum bugs beziehungsweise so minimale dass es dich überhaupt nicht stört weißt du so vielleicht dass irgendein vogel in äh keine ahnung ein stein fliegt oder so weißt du was mich überhaupt nicht gejuckt hat was einfach nicht in das spielgeschehen eingreift es ist mir jetzt habe ich ein bisschen angst dass die bäume auf die falle fallen und dass die falle dann kaputt ist ein bisschen schade aber die falle sieht im wald schon geil aus finde ich das schon ja aber auf alle fälle es ist um einige ach ja wir auch eine falle ist mir nie aufgefallen was ist denn das für eine falle eigentlich das ist egal ach ja ach doch die die sieht nur so weit draußen aus hallo warum kann ich die bären nicht einsammeln voll zum kotzen sowas mag ich die bären einsammeln warum geht es nicht irgendwie kann ich immer nur die blueberries einsammeln die anderen gehen fast gar nicht einzusammeln das ist ja schön einfach nur ein bisschen das ist echt entspannend aber sowieso ja das ist bäume fällen ich hab's vermisst äh wo ist das hin ah da liegen sie hm hm ich tue noch ein paar fällen damit du ein bisschen hin und her fahren kannst und dann gehe ich noch eine runde jagen alles klar damit wir ein paar fälle haben vielleicht lizard skins und reskins oder so wenn wir uns mal wieder voll ausrüsten können weil ich hab null rüstung gerade so ein paar steine mitnehmen so ein paar pfeile kraft am liebsten würde ich diese karte gleich wegschmeißen hier die karte ne die karte ach so wir haben sie nie gefunden ich bereue so dass wir die karte gefunden haben toll jetzt wird's nacht jetzt hab ich gedacht ja jetzt kann man ein bisschen schön bauen und jagen und so und jetzt wird's nacht ich fass das einfach nicht es ist doch zu bieten sowas dass die so falle so mitten zwischen den bäumen steht ist so ungewohnt schon mal ja es sind hier noch irgendwelche bäume du gefällt hast du nicht mehr ah du bist zurückgegangen ok bisschen komisch aus na egal ja komm jetzt gehen wir erstmal nach hause ist jetzt uns glücklich ans lagerfeuer schön erstmal der runde ich komme hier nicht rein kommst kommst so 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 will ich das sehen ja die sind voll dann noch eins aufs los was los ist so 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 ich halte es für ein wunder dass unsere hasen hier immer noch nicht die gespawnt sind ja eigentlich so komisch und wir können nicht schlafen ja was jetzt gedacht wenn wir nicht schlafen können dann haben wir nicht immer noch paar steinchen irgendwann mal kann man die ja dann brauchen unsere vorräte ist nicht wieder voll wie schön fast voll wir brauchen noch paar skins lissard skins und so wir brauchen noch paar skins lissard skins und so Reh skins so voll 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 mit mit ich wollte wir können schlafen gehen echt ja so ich habe keine Fehler mehr so 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 da so 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 viele Pfeile, glaub ich, reinpassen. Na gut, erst mal schlafen, so. Ja, das ist ne gute Idee. Schlafen. Endlich mal wieder im Bett schlafen. Boah, diese gemütlichen Haselfälle, Mann. Ist das gemütlich, mal nochmal speichern hier. Ja. Hammer. So, und da ist die Folge jetzt eh wieder vorbei. Nee, eigentlich drei Minuten haben wir noch. Okay, drei Minuten, okay. Entschuldigung. Da ist ein Hasen drauf. Ich will noch ein bisschen rumchillen hier so. Ich geh jetzt mal jagen. Aber wir sind mit Regen in die Höhle gegangen und gehen raus und es regnet. Ja, stimmt schon. Ja, es regnet echt oft. Ich weiß auch nicht, wieso. So, das hat sie nicht. So, ein Hasen habe ich mal wieder. Kleine Stein in unserem Haus, das spawnt immer wieder da. Immer wieder, ja. Im nächsten Mal in der Staffel 2 suchen wir uns einen Ort. Ja. Wo wir... Immer geht es fast gar nicht mehr, glaube ich nicht. Ja, wir haben es eh ganz gut erreicht. Gut, warte, warte mal. Ich habe vielleicht eine andere DM. Weil wir spielen jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Und es gibt ja auch noch schwer. Ey, lass es auf normal. Lass mal normal, ja. Also in der zweiten Staffel nicht auf schwer schalten. In der zweiten Staffel könnte man auf schwer schalten. Ja. Ja. Na gut hier. Na ja, also ich würde sagen, wir bänden jetzt schon die Folge. Ja, jetzt ist eh dann soweit. 20 Minuten. Wunderbar. So, zwei Stick-Holder. Fünf Lock-Holder. Drei Rock-Holder. Jawoll, das ist so richtig schön. Knochen-Holder, Bone-Holder. Das ist voll. Die Aeros haben wir. Trinken haben wir. Fälle haben wir. Was? Hallo, hier. Hier. Guck mal. Ich kann nicht... Ich kann nicht nur noch gucken. Aua. Cool. Hallo? Ist das cool. Aber wir wurden eigentlich noch nicht so richtig angegriffen. So richtiger, richtiger Großangriff. Weil ich muss sagen, ich habe mal so ein Video gesehen. Ja, in den Trailer, ja. Wo die, die richtig... Ja, in den Trailer, da war ja richtig in der Armee. Also das wurde ja richtig überrannt, ne. Also... Puh. Hätte ich mich fast selbst aufgespießt, ne? Na ja. Dann haue ich da noch ein paar Dinger rein. Zack. Genau, braucht man jetzt noch ein bisschen auf. So. Ey, jetzt chill doch mal dann. Ja, diese Kacksteine, die nerven mich. Die muss ich immer irgendwo meine Mut rauslassen. Und jetzt sind wir wieder bei 21 Minuten. Und ähm... Guck mich an und dann... Also reingehen für... Achso. Hier einfach ganz schnell. Und danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Wie in den letzten... Vorherigen... Folgen auch. Irgendwie nicht so richtig. Vor der Höhle... Folgen. Nur mal alles überleben und bauen. Jupp. Tschüss. 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 Tschüss.